Ich guck mal ganz kurz auch in die Option, ob Ovid ne Taste gibt. Na guck mal, jetzt kann Sepp uns zeigen, wie er hoch postet. Sepp, wo rennst du hin? Hier rüber. Wieder rüber. Was ist denn hier rüber? Hey, du läufst bei mir ins Wasser. Was? Ahhhh. Ich war schon drüben bei mir. Ne, du bist... Ich war schon drüben. Ich glaub, Bram hat gerade minimiert. Ne, ich hab nicht minimiert, aber ich hab Escape gedrückt. Ja. Oh Mann, ey. Okay, also... Ey, guck ernst. Wie? Also, ich wusste nicht, dass wenn ich Escape drücke, ich den Server damit pausiere. Was? Ich war schon drüben. Was? Easy peasy rangekackt und... Ne, du bist runtergefallen und da hinten ins Meer gelaufen. Aber Christian, du bist bei mir dem hinterher gerannt ins Meer. Ich war komplett verwirrt.